hallo und herzlich willkommen auf meine oder unsere kleine wanderung zum cosetten aus cosackenberg ja wir haben so gedacht das wetter war schön wo wir raus geschaut haben aber naja das ist wieder zurückgegangen auch trotzdem sind wir losgelaufen mit und mail und mit meiner anderen hälfte sind wir als andere hälfte frau sind wir dann zum so muss jetzt schon die sonne von da war weg ja genau das muss die waschmaschine wieder ausmachen wegen der waschmaschine ist einfach so wir haben eine solaranlage auf dem dach und gut den rest wird er schon na wo willst du hin es ist nicht gestattet pflanzen zu beschädigen zu entfernen oder teile von ihnen ok ok machen wir schon naja stink hallo du gehst da das müsste bestimmt schon unter sein oder so ja da vorne würde ich sagen oder ja ja im teatürigen weg im teatürigen weg im teatürigen weg im teatürigen weg ne ne wir fahren hier wir laufen hier lang das muss doch der schattenberg sein na hier ne wir versuchen das mal hier das ist genau hier 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 wo Wie sieht man das? Ja, du meint der Escher. Bleib! Ja, ja, 2 Minuten nach oben oder 13 Minuten nach oben. Minuten quälen oder 13 Minuten langsamer. Steh, Bleib. Milo, Trepp hier. Steh, Bleib. Komm her. Milo. Ich hab das jetzt nicht in Übersicht hier. Was? Ich hab das jetzt nicht in Übersicht hier. Ich hab das jetzt nicht in Übersicht hier. Ich hab das jetzt nicht in Übersicht hier. Ich hab das jetzt umgekochen. Bei mir. Da geht's auch hoch, siehst du? Da, der Weg. Ja, siehst du. Komm, Bleib hier. Wir müssen da hoch. Gucken wir mal hier. Vielleicht sind diese Steigung nicht so hoch. Ah, hier guck mal hier. Das ist bestimmt der Weg. Willst du Stock? Soll ich da Stock machen? Mach's hoch. Bleib zu uns. Nicht hoch willst. Na, was spricht dagegen jetzt für dich? Schaffst du's nicht, du? Das geht in solche Rezoldellen hoch. Bereust du schon? Was? Das mitgekommen bist. Das mitgekommen ist. Irgendwo mal kleine Mütze. Weil da irgendwas ist. Handy ist hier. Gumping. Wir gehen hoch. Ja, alles klar. Klar. Gumping. Komm. Komm. Los. Malo. Kannst du dich nun entscheiden, Milo? Malo. 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 Jetzt bleibst du, Meike. Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Fuuuuh! Hier gibt es Plötig! Guck mal! Bereitsfoto machen! Jetzt bleib hier runter auf Licht! Voll die geile Aussicht! Voll die geile Aussicht! Voll die geile Aussicht! Seid mal vor, wir machen Thron, hier ist es lang! Hallig! Ja! Ja! Ach guck mal, so ein Berg ist das da drüben! Oder? Um 6 Uhr Zürich in die Nacht! Das ist richtig geil heute! Ja! 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 Aber es ist doch irgendwo doch die Aske! Ja! Guck mal! Das ist krass! Das ist krass! Kommt da nicht rein gehen! Naja, gut! Ich muss wieder runter, ich würde weiter gehen, aber unten ist meine Frau und der Hund auch unbedingt hinterher! Da konnte ich jetzt nicht entscheiden! Welche Richtung! Mit Herrchen oder mit Frauchen mit! Gut! Habe ich das gesehen! Echt! Da muss da bestimmt noch irgendwo noch anderen Eingang! Irgendwo anderen Eingang sein! Das würde mich echt interessieren! Da rein kriegen! Echt! Ob das natürlich ist, das Loch? Krass! Naja, gut! Das würde mich echt interessieren! Wir können uns da noch richtig reinkriechen! Mal gucken, was da ist! Also angeblich sollte da... Opfer... Äh... Nennen wir das Opferkabel und Menschenopfer und das alles gemacht werden! Also deswegen heißt der Kosackenhügel! Aber... Ich weiß nicht! Ob das... Könnte natürlich sein! Und ein Ausgraben sollte auch gewesen sein! Früher! Aber... Kann ich erst mal sagen! Aber... Es lohnt sich da auch mal hochzulaufen und wenn da mal irgendwie... runterkriechen! Das würde mich echt so... interessieren! Genau! Ja... Da musst du wirklich irgendwo einen anderen Eingang finden! Gibt's bestimmt! Hundertprozentig! Lass mal den... Merkwassen runter! Rund entgegen! Hundertprozentig! Ja... Ja... Malo! Malo! Weichen ist ein kleiner Schisser. Jetzt hat er mich erkannt. Jetzt hat er mich gegangen. Ich denk, da kommt er, da ist er. Jetzt hat er es ab. Wenn er mich erkennt, geht er nicht hin. Die kommen. Na komm her. Komm her, mein Kleiner. Na, hol ein bisschen mitgekommen. Wolltest du mir die befragen? Oben war es viel schöner. Los, komm. So, das war der kleine Ausflug zum Kosackenberg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch einen Daumen da. Und... Sehen wir uns dann... nächstes Projekt. Diesmal nicht meine Drohne mit. Und... seid gespannt. So, dann sag ich mir Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017